Heute habe ich euch was ganz besonders scheußliches mitgebracht, und zwar Highschool Musical Buildable Photo Frames von Tomi und natürlich Disney, die haben den ganzen Quatsch verbrochen. Feine Sache. Mit Highschool Musical habe ich etwa so viel zu tun wie mit Hochseesegeln, ich habe auch genauso wenig Interesse daran, deswegen halten wir die Sache kurz. Ich gehe mal von aus, es ist ein Foto-Rahmen da drin. Und damit kann man sich wahrscheinlich den Nachttisch verschandeln. Mal gucken. Ja, wie gesagt, es ist ein Foto-Rahmen. Hm, aber keine Anleitung, oder wie? Na, mein Leben! Oh je, sag mal! Was haben wir denn hier? Was ist das? Außer, dass er wirklich extrem handsome aussieht. Ach Gott! Es ist Troy! Mhm. Wer ist Troy? Wahrscheinlich einer aus Highschool Musical. Wahrscheinlich singt er zu Musik. Und wahrscheinlich ist eine Liebesgeschichte dabei, die ich jetzt nicht näher erörtern möchte, weil ich sie gar nicht kenne. Aber da es von Disney ist, erwarte ich mal nicht so viel. Wie ist das hier? Ach so. Okay. Das da rein. Und das. Hä? Das passt alles gar nicht zusammen. Ach du lieber Himmel. So. Jetzt bauen wir noch ein Schild dran, damit man weiß, wer der junge Mann eigentlich ist. Und dann. Klack. Haben wir. Troy. Toll! Was ist das hier? Öffnen und in den Müll schmeißen. Ja, will ich machen. Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich noch der Ab... Oh Mann. Das ist die Abdeckung für das eigene Foto. Wahrscheinlich soll man sein eigenes Foto zu diesem Herzensbrecher hineingeben. Aber sie ist leider so zerkratzt, dass man wahrscheinlich das Foto kaum sehen könnte. Und man sieht alt und hässlich aus. Und wundert sich, was man neben diesem gammeligen Typen will. Ich hatte übrigens noch eins. Und? Oh Gott. Es ist Troy. Erneut. Schöne Sache. Disney. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr immer diese Leute findet. Aber damit kann man sich doch nicht die Wohnung verschandeln. Da wird einem ja übel, oder? Ha. Ne. Bluch. Naja. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.